Warum beziehen sie den Islam und deren Morde auf die gleiche Weise ein? Das hat auch nichts mit dem Volk der Taliban zu tun. Ich bin eine Bekannte dieses Mädchens, und ich weiß, wie es wirklich funktioniert. Sie hat sich aus Liebe und aus freien Stücken mit einem Jungen verlobt, und sie wollten den 20. Dezember 2009 heiraten, deren alten Arbeitgeber. Ein Holländer war jahrelang in sie verliebt, zuerst fing er an zu rufen und zu stören, und später begann er aggressives Verhalten zu zeigen. Als er hörte, dass sie bald heiraten würde, setzte er sie in Brand. Die Polizei sollte das besser wissen, genau wie die Journalisten, die hierher kommen, um Unsinn über die Ehrenmorde zu erzählen. Nur weil es sich um eine Immigrantin handelt, bedeutet das nicht, dass er sich um Ehrenmorde handeln muss, oder dass es aus dem Islam kommt. Es ist sehr einfach, den Islam zu beschuldigen, was die Menschen seit Jahren tun, aber sie ist tot, in Brand gesetzt, und starb an Schmerzen und Schreien. Das ist einfach unmenschlich. Ich bin selbst davon betroffen, genau wie ihre Verlobte, ihre Familie und Freunde.